Solltest du deine Buchhaltung lieber selber machen oder ans Steuerbüro abgeben? Darum soll es in diesem Video gehen und damit herzlich willkommen. Ich bin Robert Giebenrath, externer CFO für Wachstumsunternehmen, das heißt externer kaufmännischer Leiter. Wir kümmern uns natürlich auch um das ganze Thema Rechnungswesen, dass das alles läuft, die Buchhaltung sauber passt, damit wir die schnellen richtigen Zahlen fürs Controlling haben und dich strategisch richtig beraten können. Deswegen, klarer Punkt in unserer Zuständigkeit, das Thema Buchhaltung, sollte es in-house sein, sollte es abgegeben werden. Ich gebe hier einmal eine kleine Disclaimer mit rein sozusagen. Also wir beziehen uns hier auf Wachstumsunternehmen, nicht One-Man-Shows, die One-Man-Shows bleiben wollen, sondern Unternehmen, mal mit mindestens 20.000, 30.000 Euro Monatsumsatz, Tendenz stark steigend und gehen hin bis hin so zu 50 Millionen Jahresumsatz, sage ich mal. Das ist so die Range, um die es sich hier handelt, also wachsende Betriebe, für die diese Tipps jetzt hier zählen. Also bitte nicht als One-Man-Show da drunter schreiben, sehe ich komplett anders. Ja, kannst du auch anders sehen, das Video ist auch nicht für dich gedacht. So, also geht es jetzt hier darum, mal diese Wachstumsunternehmen unter die Lupe zu nehmen und hier die richtigen Hinweise zu geben. Also, Buchhaltung ist ja immer so ein elendiges Thema und einmal müssen wir verstehen, wie so eine Buchhaltung aufgebaut ist. Es gibt einmal den Bereich im Rechnungswesen, der bezieht sich darauf, dass du die, du bekommst der Eingangsbelege, ne, zum Beispiel, wenn du irgendwie einen Bewirtungsbeleg hast, dann hast du den, dann hast du den per Papier oder du bist bei uns Kunde, dann schicken wir dir eine Rechnung, ne. So, und dann hast du die Rechnung zum Beispiel per E-Mail bekommen und diese Rechnung hast du dann zum Sammeln. Und die kannst du dann zum Beispiel, sammelst du vielleicht in einer Google Drive und dann überträgst du es einmal im Monat zum Steuerbüro sozusagen. Vielleicht ist so dein Workflow aktuell. Das heißt, wir haben einmal diesen Part, dass du diese Rechnung sammelst und du stellst dir auch Rechnungen. Also, die du sammelst, sind die Eingangsrechnungen, die du stellst, sind die Ausgangsrechnungen. Und diese beiden müssen dann ja in der Buchhaltung sozusagen in die Buchhaltung gehen und müssen dort kontiert werden. Das heißt, die werden im Konto, in dem Kontenrahmen zugeordnet und daraus wird dann deine Auswertung, deine BWA und SUSA, ne, so heißt das ja, die Auswertung da, die du bekommst, so werden die dann erstellt und dann am Jahresende wird der Jahresabschluss oder Anfang des nächsten, Mitte des nächsten Jahres wird der Jahresabschluss gemacht. Das ist ja das Prozedere und dieser ganze Bereich, dieses Belege, diese Rechnung schreiben und die Belege sammeln, das nennt sich der Bereich der vorbereitenden Buchhaltung. Einfach das Sammeln, zusammentragen. Und dann in einem gucken, dass es vollständig ist, idealerweise gleicht man das mit dem Konto, ab welche Zahlungen und so weiter kamen. Und dann hat man noch das Thema eben dieses Kontieren, das Zuordnen, dann da die Abgrenzung auch machen, Abschreibungen mit rein, Forderungen einbuchen, ausbuchen und so weiter. Hier eine Investition, da das, da den Mietvertrag, da die Abgrenzung, aktive Rechnungsabgrenzungsposten. Also alles ein bisschen komplexer. Was in der Buchhaltung passiert, das ist nicht nur Belege zusammensuchen. Das ist dann die richtige Buchhaltung, also vorbereitende Buchhaltung, Buchhaltung und dann kommt eben noch das Thema dann Lohn und Jahresabschluss etc. So ist das ganze Ding ja aufgebaut. Und jetzt ist die Frage, was sollst du selber machen, was sollst du abgeben, sollst du alles abgeben. Meine Tendenz hier oder meine Empfehlung ist, dass bis zu einem Jahresumsatz von 10 Millionen ist es legitim, dass diese Buchhaltung vom Steuerbüro durchgeführt wird und du die vorbereitende Buchhaltung machst. Das heißt, du hast eine Backoffice-Kraft, die muss nicht buchen können, muss kein Buchhalter sein. Das kann eine ganz normale Bürokraft sein und das sind Aufgaben, die auch jeder durchschnittliche Kaufmann für 15 Euro die Stunde erledigen kann. Du darfst auf gar keinen Fall als Geschäftsführer etwas damit zu tun haben. Wenn du das hast, ist es einfach dumm, ist Zeitverschwendung, weil deine Stunde ist mehr wert als das. Das muss abgegeben sein und diese Sachen müssen einmal im Workflow gut prozessiert sein. Wie geht das rein, wie geht das raus? Da gibt es richtig geile Software-Tools, die automatisieren einen wesentlichen Teil der Arbeit. Wir haben zum Beispiel 20 Leute aktuell, wir haben 400 Belege im Monat und wir haben einen Aufwand mit allem, inklusive dann Überweisung, Mahnwesen, was noch alles dazu gehört, von maximal 30 Minuten am Tag. That's it so. Das skaliert halt auch mit dieses Setup. Und so hast du deine vorbereitende Buchhaltung, dann kriegst du geschissen. Das überträgt automatisch zu Dativ, zum Steuerbüro. Der macht das dann fertig und dann hast du spätestens zum 10. des Folgemonats deine Auswertungen. Denn auch nicht eineinhalb Monate später, wo es dann schon wieder gar nichts mehr bringt, das guckst du dir als Wachstumsunternehmen eh nicht mehr an. Das heißt, so muss dieser Buchhaltungsflow sein, damit das alles gut funktioniert. Und das skaliert bis ungefähr 10 Millionen Jahresumsatz. In Einzelfällen kann es auch sinnvoll sein, zwischen 5 und 10 Millionen Euro schon die Buchhaltung in-house zu ziehen. Aber ab da ist so ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, ab 10 Millionen spätestens Jahresumsatz lohnt es sich, die Buchhaltung wieder in-house zu ziehen, weil dann hast du zwei Faktoren dahinter. Faktor Nummer 1 ist, du zahlst halt mehr für die Buchhaltung beim Steuerbüro, als du dafür eine Vollzeitkraft bezahlst. Deutlich mehr. Und Punkt Nummer 2 ist, also du bist günstiger, das ist Punkt Nummer 1, Vorteil Nummer 1. Punkt Nummer 2 dahinter ist, du bist viel enger und näher an den Daten und kannst damit auch, bist schneller und kannst halt noch geilere Sachen damit machen sozusagen, indem du sagst, also geile, viele finden Buchhaltung mega langweilig, ich finde es halt ganz gut so, das war mein Bereich. Das heißt, ich beschäftige mich da gerne mit den ganzen Strukturen und Workflows und so weiter. Ich weiß, dass diese Leidenschaft wenige Leute teilen, genau, aber das ist sozusagen das Thema dahinter. Also du kannst geile Sachen damit machen, indem du sagst zum Beispiel, du machst eine Kostenstellen-Kostenträger-Rechnung, die fließt dann ins Controlling, dann hast du schnelle Auswertung, du kannst eine Tagesbuchhaltung machen, eine Wochenbuchhaltung, du kannst dein Cash-Management auf einmal mit der Finanzplanung auf Tagesbasis zusammenlegen und so weiter. Du hast Single Source of Truth, dann wo die Daten rauskommen, du musst dich nicht irgendwie aus verschiedenen Töpfen bedienen, also da kommt mega viel zusammen, wo du dein Controlling einfach maximal professionalisieren kannst, viel geilere Auswertung hast, Customer Acquisition Kost und so weiter, ist alles viel besser berechenbar, wenn du dann auch da aus den Buchhaltungsdaten die richtig anzapst. Ich weiß, dass es aktuell nicht geht, weil die eineinhalb Monate zu spät sind, dein Kontenrahmen scheiße aussieht, beziehungsweise im Basiskontenrahmen ist, alles auf ein Konto geklatscht wird, du hast überhaupt keine Übersicht darüber, vielleicht weißt du gar nicht, wie man das richtig anguckt und liest. Das ist alles normal in dieser Wachstumsphase, später muss sowas professionalisiert werden und da macht es mega Sinn, weil es ist günstiger und hundertmal besser. Das heißt, ab 10 Millionen lohnt es sich durchaus, das Ganze in-house zu ziehen, natürlich musst du dann auf Vertretungsregelungen achten und so und so weiter. Da gibt es viele Faktoren zu berücksichtigen, gerade auch im Hiring einer solchen Person, die muss dann nämlich ein bisschen was können, das kann keine einfache Backoffice-Kraft sein. Genau, so viel dazu, aber bis du bei 10 Millionen bist sozusagen, zwischen 20.000, 30.000 Monatsumsatz und 10 Millionen, unbedingt vom Steuerbüro die Buchhaltung machen lassen, die vorbereitende Buchhaltung liegt bei dir im Unternehmen und dann kriegst du daraus die Auswertungen. Das sind hier meine dringenden Hinweise an dich, dass das so aufgebaut ist, dann hast du da das bestmögliche Setup, aber guck halt, dass es möglichst automatisiert ist, du brauchst die Daten schnell, du brauchst die Daten richtig, nur so bringen sie was, sonst verbrennst du die ganze Zeit Geld, und es kann halt sehr viel Pain sein. Aber wenn du das Thema stiefmütterlich behandelst, dann crush das. Und das ist unprofessionell, das bringt dich als GmbH-Geschäftsführer eine extreme Bredouille und das kann sogar dafür sorgen, dass du mit deinem Unternehmen voll gegen die Wand fährst. Guck, dass du das frühestmöglich sauber im Griff hast, skalierfähig aufgestellt hast, dann sparst du den Stress, das Unternehmen kann damit skalieren und irgendwann kannst du dann ab 10 Millionen das Ding auch wieder in-house ziehen. Wenn du in irgendeiner Phase das begleitet haben willst, wenn du sagst, okay, stellt das bitte professionell auf, kümmert euch bitte damit drum, RG Finance. Ich habe darauf keinen Bock, das ist nicht mein Thema. Du scheinst davon Peilung zu haben, ja, habe ich. So, dann melde dich einfach www.rg-finance.de. Das ist unser täglich Brot, sowas führen wir mit ein. Wir sorgen dafür die richtigen Strukturen und können dir damit auch extrem helfen. Also, ich hoffe, das Video hat dir gefallen, dann gerne einen Daumen hoch. Ansonsten sehen und hören wir uns bald wieder. Bis dahin.